Dein little girl war fleißig und schreibt dir diesen Brief. Well, 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 ich hab alle Tassen, alle Teller im Schrank. Die Kannen, die Pfannen und die Töpfe sind blank. Ein Tag in der Küche war mal wieder sehr lang. Dein little girl geht tanzen. Ich hab mich schon tagelang auf heut gefreut. Ich hab neue Schuhe und ein neues Kleid. Doch nun muss ich gehen, denn es wird jetzt Zeit. Dein little girl geht tanzen. Ich komm nach Haus um Mitternacht auf leisen, 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 leisen Sohlen. So dass Fatih nicht erwacht, denn mein Peter soll mich morgen wiederholen. Ich hab alle Tassen, alle Teller im Schrank. Die Kannen, die Pfannen und die Töpfe sind blank. Ein Tag in der Küche war mal wieder sehr lang. Dein little girl geht tanzen. Ich komm nach Haus um Mitternacht auf leisen, 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 leisen. Sohlen, so dass Fatih nicht erwacht, denn mein Peter soll mich morgen wiederholen. Ich hab alle Tassen, alle Teller im Schrank. Die Kannen, die Pfannen und die Töpfe sind blank. Ein Tag in der Küche war mal wieder sehr lang. Dein little girl geht tanzen. Dein little girl geht tanzen. Dein little girl geht tanzen.